So, toll, wieder nicht gefilmt. Jetzt nochmal. Guten Tag, hallo. Heute erzähle ich Ihnen einmal etwas über unsere Fassadenmarkisen, unsere Markisolette und auch die Senkrechtmarkise. Das werde ich Ihnen hier vorne einmal zeigen. Ja, das ist unsere Markisolette, die wir hier in Bremen ausgestellt haben für Sie. Sie können Sie mit einem Handsender bedienen, einfach aufs Knöpfchen drücken, dann fährt die Markise runter. Das Schöne ist halt hier dran, dass Sie, wenn Sie die Markise weiter nach unten fahren, eine senkrechte Beschattung haben, direkt vor Ihrer Fensterfront, gerade für Bürogebäude oder auch etwas größere Fensterfronten im Wohnzimmerbereich, ist das sehr, sehr gut geeignet. Sie können somit dann hervorragend die Sonne direkt von außen abschirmen, direkt von außen von der Fassade fernhalten, dadurch, dass sich die Markise ausstellt. Sie sehen hier schon im rechten Winkel oder nahezu im rechten Winkel, wenn man es auch ein bisschen weiter runterlässt, hier haben wir nahezu 45 Grad ausgestellt und somit erreichen Sie natürlich eine sehr, sehr schöne Beschattung. Oben haben wir eine Kassettenoptik bzw. eine Halbkassette. Das Tuch ist also sehr, sehr schön innerhalb der Kassette geschützt vor Witterungsumständen, so auch gerade im Winter. Das heißt, Sie können die Markise das ganze Jahr über draußen lassen. Zu montieren ist sie immer über die Führungsschienen. Die Führungsschienen werden direkt im Mauerwerk verschraubt bzw. auf dem Fensterblendrahmen und so erreichen Sie, wie gesagt, eine hervorragende Beschattung für Ihre Fassade. Direkt daneben haben wir ausgestellt unsere Senkrechtmarkise, hier im RAL-Ton 7016, anthrazitfarbig, sehr beliebt geworden mittlerweile, ausgestellt hier mit einem Seilspannsystem. Das heißt, unten an der Unterleiste der Markise sind Ösen, vernünftig kräftige Ösen, eingesteckt, in denen praktisch diese Stahlführung läuft. Und somit ist die Markise dann auch entsprechend windbeständig. Alternativ ist sie zu bekommen mit Führungsschienen aus Aluminium. Auch das ist natürlich dann eine sehr stabile Angelegenheit. Sie sehen schon, auch hier ist das Tuch sehr schön geschützt in der Kassette oben. Sie können die Markise hoch und runter fahren, in dem Fall mit einem Funkmotor der Marke SOMFI, zu bedienen mit einem Handsender, sehr bequem, oder auch alternativ mit einem Wandsender, den Sie an der Wand befestigen. Auch alternativ zu bedienen über Smart Home-Funktionen, das heißt, wenn Sie die Tahoma-Box bei uns käuflich erwerben von SOMFI, dann können Sie das über Smart Home steuern. Und auch wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie die Senkrecht-Markise oder auch die Markisolette bedienen. Ja, das soll es heute schon wieder gewesen sein von unseren beiden Systemen, Senkrecht-Markise und Markisolette. Sie sind herzlich eingeladen bei uns in Bremen. Wir beraten Sie sehr, sehr gerne persönlich. Sonst können Sie auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Es ist kostenlos, werden Sie regelmäßig über die neuesten Systeme von uns informiert. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.